Einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, euch geht es gut. Heute starten wir ein neues Projekt. Hogwarts Legacy steht heute auf dem Programm. Wir spielen es auf der Xbox. Tatsächlich vor Release. Wir gehen mal direkt in den Gaming-Bereich hier rein. Und so sieht das Ganze aus, bevor wir loslegen. Ihr könnt es euch durchlesen. Ich lasse es mal noch einen Moment auf, bevor wir starten. Bevor wir loslegen. Ich hoffe, der Sound passt. Dann würde ich sagen, wir starten in Hogwarts Legacy rein. Let's go. Okay. Bevor wir loslegen, müssen wir uns erstmal einen Kollegen hier erstellen, der wir sein werden. Der uns die nächsten vielen, vielen Stunden hier begleiten wird. Grafisch finde ich es schon ganz cool, ne? Also, muss ich ehrlich sagen. Und ich würde sagen, der sieht doch gar nicht mehr so schlecht aus, oder? Der sieht doch schon so aus wie ich. Ironie. Okay. Wir nehmen ihn. Wir nehmen ihn. Wir nehmen ihn. So wie er ist. Dann geht's weiter. Gesichtsform. Also, ich habe eher so ein rundes Gesicht, oder? So. Schon so, oder? Von der Frisur her. Schon was länger. Ja, so, oder? So. Ja, das ist schon gar nicht mal so schlecht. So, Narben. Nee, brauchen wir nicht, oder? Gesichtsfarbe. Zommersprossen. Orgenbraun. Augenfarbe. Ah, kommt schon fast hin, ne? Ist schon ziemlich bläulich. Nur bin ich nicht so ganz mit dem Gesicht einverstanden. Hautfarbe. Bisschen dunkler. Das müssen wir noch mal ein bisschen anpassen. Der sieht mir ein bisschen zu... zu grün hinter den Augen aus. Ohren. Ja, so ist schon ein bisschen frecher, ne? Nein. Eine Brille brauchen wir nicht. So. Stimme 1, Stimme 2. Hören wir uns das so mal an. Ich bin zwar noch Schüler, aber ich bin vielleicht in der Lage, Ihnen zu helfen. Okay. Ein paar Spinnweben und etwas Staub. Nichts beunruhigendes. Nein. Von mir aus kann's losgehen. Das war gar nicht schlecht. Mhm. Wunderbar. Ich bin zwar noch Schüler. Das sind doch nur ein paar Spinnweben und etwas Staub. Ja. Das war gar nicht schlecht. Von mir aus kann's losgehen. Ja, eher so, ne? Ja, Schwierigkeitstufe. Sollen wir auf normal lassen? Eine kleine Spielherausforderung. Eine ausgewogen. Ja, ausgewogen ist okay. Jetzt fangen wir an hier. Wir nennen mich natürlich hier. Jay. Achtung. Wir machen jetzt hier richtig. Jay Potter. Das ist doch... So wollen wir das genannt werden. Hier. Wir sind der Hexe oder Zauberer. Wir sind natürlich Zauberer, ne? Wir sind der Zauberer von aus. Beginne deine Reise. Okay, wir beginnen jetzt meine Reise. Nach Hogwarts. Let's go. Ah, dann sind wir wohl fast bereit aufzubrechen. Wirklich schade, dass wir nicht mehr Zeit mit Zaubern verbringen konnten. Sie haben unseren neuen Zauber sicher geübt. Jawohl, Professor. Tja, so schnell hat sich wohl noch niemand an einen Zauberstab aus zweiter Hand gewöhnt. Mit Ihrem eigenen werden Sie noch viel stärker sein. Danke, Professor Fick. Ich möchte Ihnen danken, dass Sie mir helfen, bevor das Schuljahr... Eliazar. Eliazar. Schön, dass du trotz der eher kryptischen Beschreibung dieses Ortes hergefunden hast. Ich apparierte schon zu vageren Orten als diesem. Doch beim ersten Versuch habe ich mich wohl etwas verrechnet. Die Theaterbesucher am Westend dürften sich sehr erschrocken haben. Es ist so lange her, als deine Eule ankam. Also ich... Liebe nicht hier, Eliazar. Natürlich. Sprechen wir auf dem Weg nach Hogwarts. Uns erwarten ein Festmahl und eine Einführungsfeier. Grandiose Idee. Solange dein junger Schützling hier nichts dagegen hat. Überhaupt nichts, Herr. Nach Ihnen. Ewig her, dass ich im Schloss war. Wäre gut, den alten Steinhaufen wiederzusehen. Also der Kollege, der jetzt hier zuletzt eingestiegen ist, ist mir nicht sehr sympathisch, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, der hegt da irgendwas aus. Ich glaube, der ist nicht seriös. Ich glaube, der ist nicht seriös. Ich glaube, der ist nicht sehr, es ist eine Tolle. Ich glaube, der ist nicht sehr, es sei. Sie lightsabende mich nicht. Ich glaube, der ist nicht sehr, es ist nicht so. Gut, dich noch vor der Schottlandreise zu sehen. Gerade so. Und wer ist deine Reisebegleitung? Ein Neuzugang. Neu? Ja, Sir. Ich fange in der fünften Klasse an. Außergewöhnlich. In der Tat. Dass jemand so spät in Hogwarts aufgenommen wurde, hat man hier noch nie erlebt. Ich auch nicht. Aber da die anderen fünf Klässler ihre magischen Fertigkeiten schon seit vier Jahren trainieren, bat mich der Schulleiter, den Neuzugang vor Semesterbeginn etwas auf Trab zu bringen. Nun, Sie haben Glück mit Ihrem Mentor. Professor Figgi ist sowohl ein ausgezeichneter Lehrer, als auch ein erstaunlich kluger und begabter Zauberer. Mr. Osric neigt zu Schmeicheleien. Wahrscheinlich ein Grund, warum er es im Ministerium so weit gebracht hat. Hast du das gesehen? Oh ja. Es herrscht Uneinigkeit darüber, wie gefährlich Runrock wirklich ist. Ich muss das Ministerium noch überzeugen, aber ich glaube, er ist eine ernste Bedrohung. Und es war deine Frau, Eleazar, die mich vor Monaten auf ihn aufmerksam machte. Miriam? Wie denn? Vor ihrem Tod schrieb sie mir von Runrock. Fragte sich, was das Ministerium über ihn wusste. Bevor ich antworten konnte, erhielt ich das. Es war das Letzte, was sie mir schickte, Eleazar. Es kam per Eule, aber ohne Korrespondenz. Ich kann nur annehmen, dass sie es schnell losschicken musste, um es zu schützen. Vermutlich vor Runrock. Ich kann es nicht öffnen. Es wird durch wahrhaftig mächtige Magie geschützt. Das sieht wie Koboldmetall aus. Das Symbol. Was leuchtet da? Ich sehe kein Leuchten. Ich auch nicht. Okay. Ich sehe kein Leuchten. Okay. Ein Eischhörnchen. Alles in Ordnung? Sie sind verletzt? Nur ein bisschen. Nehmen Sie. Dieser Mega-Power-Tank bringt Sie schnell wieder auf die Beine. Okay. Was ist passiert? Armer George. Warum musste er? Was hatte das blöde Vieh denn? Eine Kutsche im Flug angreifen? Ein Drache würde niemals. Professor? Sir. Wo sind wir? Ich bin nicht sicher. Aber das war ein Port-Schlüssel. Port-Schlüssel? Ein verzauberter Gegenstand, der einen an einen bestimmten Ort bringt. So, wir dürfen jetzt das erste Mal selber spielen. Ich bin nicht sicher, falls Sie sich umsehen möchten. Ja, aber bleiben Sie bei mir. Wir wissen nicht, wer ihn erschaffen hat. Oder warum? Okay. Steuerung ist klassisch. Kamera rechts. Bewegung links. Wir haben Heiltränke. Und... Das sieht... Wie weit hat uns dieser Port-Schlüssel nur gebracht? Weit er weg von London, als der Wagen fuhr. Wir sind irgendwo im schottischen Buchland. Sir, diese Ruin. Glauben Sie... Der Port-Schlüssel sollte uns herführen? Das glaube ich. So haben wir beide uns den Tag sicher nicht vorgestellt. Aber Miriam hat George dem Port-Schlüssel aus einem Grund geschickt. Und ich glaube, dass Sie und auch George bei der Suche nach dem, wohin er führen soll, sterben. Nun, wenn es Ihnen gut geht und Sie nichts dagegen haben, ich würde mich gern umsehen. Auf jeden Fall, Sir. Gut. Lassen Sie uns hier nach einem Pfad suchen. Wie verblasst er auf Seidmark. Okay. Der Weg nach Hogwarts. Auftrag gestartet. So. Wir schauen uns mal um. Ja. Was denken Sie, woher hatte Ihre Frau den Port-Schlüssel, der uns herbrachte? Eine gute Frage. Miriam hat jahrelang nach Beweisen für... ...eine längst vergessene Form von alter Magie gesucht. Moment. Sofort weiter. Eine Sekunde. Ich musste eben hier was switchen. So. Jetzt können wir hier volle Kanne Gas geben. So. Professor. Folge Professor. Fick. Also von der Grafik her muss ich ehrlich sagen, gefällt mir. Sie. Ist ein Haupt auch dieser alten Magie. Sie. Ich weiß nicht, wie sie in den Besitz des Port-Schlüssel kam. Aber ich bin sicher, er hatte mit der Suche zu tun. Da unten ist ein Pfad. Hier. Okay. Sieht sehr schön aus, das Spiel, muss ich ehrlich sagen. Finde ich wirklich gut gemacht. Aber Sir, warum hat Ihre Frau nach Beweisen für verlorene Magie gesucht? Miriam wollte verstehen, warum so mächtige Magie aus der Welt der Zauberei verschwunden ist. Obwohl sie Gutes bewirken kann. Aber Magie ist nicht anders, als sie jede andere macht. Was wirklich zählt, ist derjenige, der sie ausübt. Also, nochmal. Ist das Eis? Es ist hier nicht kalt genug. Anscheinend ist es eine Art Verzauberung. Jemand wollte den Pfad blockieren. Schauen wir uns ihr Können mit dem Zauberstab an. Ja. Fokus auf das Zentrum. Das machen wir sofort. Nochmal. Also zum ersten Eindruck vom Spiel, muss ich sagen, sehr schön. Sieht sehr gut aus. Lässt dich bis jetzt ganz gut steuern. Und, ja. Dem ist einfach nichts hinzuzufügen, ne. Sieht wirklich gut aus. So. Tippe auf RT um einen Basiszauber. Okay. Und jetzt? RT. Okay. Hoppala. Sorry. So geht's. Okay. Ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. Ja. Äh. Ich muss jetzt nur noch rausfinden, wie man hier das Ganze lenkt. So richtig. Ja. Ich kann das zerstören hier alles. Okay. Können wir jetzt den Fokus wieder darauf legen? Okay. Super. So. Nutze deine Kamera her, um ein aktives Ziel auszuwählen. Das sagst du mir jetzt? Einige Spieler, Spielerinnen bevorzugen es, Ziele auszuwählen und den Avatar mit demselben stickt zu mir auszuwählen. Stick zu mir, blablabla. Okay. Das geht schon. Wir gehen weiter. Oh, ist rutschig hier. Also, man muss sagen, viel Gesprächsstoff hier. Also, die Leute interagieren gerade ganz gut jetzt direkt zu Beginn, muss ich sagen. Und das Spiel war ja auch lange eben in der Produktion, ne? Ah, ja. Ich glaube, sechs, sieben Jahre oder so wurde das Spiel produziert. Ja, aber ich check es langsam. Also, das Tutorial ist ganz gut. Ich hoffe, das passt hier mit der Mikrofon-Nautstärke für euch. Schon geil gemacht, ne? Das ist schon ganz cool gemacht. Es sieht wirklich gut aus. Was haben wir denn hier? Die Minikarte zeigt eine Umgebung in der Mitte, ne? In der Mitte. Okay, jetzt haben wir halt auch die Karte. Erkunde, die Ruine. Okay. Ähm, klassisches Open World. Steuerung. Klassische Open World Steuerung mit Zielen, wo man hin muss. Sehr schön. Gut gemacht. Gut gemacht, ehrlich. Untersuchen. Professor, es ist eine Art Wandbild. Da wäre ich nicht drauf gekommen. Vielleicht hellseherisch begabt. Interessant. Ja, es ist ein Wandbild. Er sagt, dass ich hier lang... Hallo. Er sagt, dass ich da hin muss. Muss ich vielleicht die Wand zerstören? Nein. Müssen wir hier hoch? Nein. Ich muss hier durch, auf jeden Fall. Erkunde die Ruine. Was steht denn da? Professor, wie... Sind wir... Ja, okay. Okay, die Info, die bringt mir jetzt auch nicht viel. Das soll's halt nicht sein. Na ja, schau mal hier. Was haben wir denn hier? Professor, die Statue. Vielleicht war dies ein Zuhause. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Haben wir hier. Ah, hier haben wir nichts. Wir gehen mal... wieder... hier rein. Wir müssen ja hier durch. Wir können auch nicht klettern, ne? Erkunde, die Ruine. Hm. Was haben wir denn hier? Können wir hier lang? Nein, wir können hier gar nicht lang. Ja, Kollege, dann sag doch mal an, wo wir hier hin müssen. Und was wir hier machen müssen. Fiek. Ey, Fiek. Fiek. Scheitere ich schon hier am ersten Rätsel? Wahrscheinlich. Was müssen wir denn machen? Was müssen wir denn machen? Purcht ist zu einem Ablegenkrieg. Ja. Haben wir hier irgendwas? Ja, der zeigt mir ja den Weg an, aber... Es ist, äh, nicht hilfreich. Weil wir da nicht lang können. Okay. Können wir mit dem hier irgendwas machen? Ne, hier haben wir doch einen Weg. Ja, verstehe. Schwerer gemacht, als es sein sollte. Dieser verzauberte Kristallstein wieder. Was könnte er bloß blockieren? Schauen wir doch mal nach. Was ist das? Professor Fiek. Oh. Was ist das? Wie seltsam. Warum sollte jemand diesen Stein hierher beschworen haben? Und wie kann dahinter ein Raum sein? Welcher Raum? Ich sehe da nichts. Oh. Oder dieses Leuchten, wie auf dem Portschlüsselbehälter. Der sieht das nicht, ne? Was in Erlins Namen? I got Ricks Herz. Wo sind wir? Das glaube ich nicht. Okay, wir sind jetzt, äh, im Spiegelbild. Hallo? Was ist das? Moin Sind jetzt alle auf Hogwarts Willkommen bei Gringotts Zaubererbank Verlies 12 Nehme ich an Ganz genau Schlüssel Der Schlüssel ihrer Frau Oh ja natürlich Hier entlang Gibt's doch auch für PC jetzt Glaube ich Ich glaube ab Freitag Gibt's das offiziell Also ab den zehnten Also ich muss sagen Spiel sieht Bombe aus Die Grafik ist wirklich gut Direkt unter den Augen von ihm Diesen Verlies sind am Neuesten Sind Libanische Eingänge in die Bank für Gringotts normal? Eine Seltenheit Nur jemand mit viel Geld oder Macht oder Beidem Könnte solch einen Dienst beanspruchen Einfach Achterbahn Verlies Nummer 12 wurde kurz nach Gringotts Gründung vor 400 Jahren in Dienst gestellt Es befindet sich im tiefsten Teil der Bank Festhalten Ein niedriges Überblick noch vor uns Verlies Nummer Verlies 12 Ein großer Tag Weiterfahren Sauer Wir überspringen das jetzt nicht Wir schauen uns das an Professor Das Armband, das der Kobold trug, hat geleuchtet Wie das Leuchten auf dem Portschlüsselbehälter Nein, dunkler Es war auch auf dem Halsband des Drach Wie meine? Wir haben uns über den Kobold da hinten gewundert Er war über den ältesten Bereich der Bank Kaum Besucher dort heutzutage Jetzt bin ich ja mal gespannt Nochmal Also Grafik, Bombe, Spiel, Steuerung, Bombe Jahrhundertelang war ein Kobold an meinem Tisch stationiert In all der Zeit war niemand je in Verlies 12 Bis zum heutigen Tag Und Steuerung, mega Bis jetzt Vielen Dank für Ihre Hilfe So Vielen Dank für den Raid Was meinen Sie, wonach wir hier suchen sollen? Ich weiß nicht Sir, vielleicht können Sie Überlaub den Anweisungen für Verlies 12 Soll ich dem Besitzer des Schlüssels Zugriff gewähren Und dann die Tür schließen Halt Boah, Asi Er macht einfach den 31er Ich muss denken Hier muss doch irgendetwas sein Hm Reveglio vielleicht Reveglio? Ja Ein Enthüllungszauber Jetzt wäre er gut Schauen wir mal, was wir übersehen Zauberstab bereithalten Okay Er hat den Zauberstab mit 11 Und wir gehen entlang des Vaters Ah, okay Okay Man muss noch ein bisschen Bisschen üben Ja, schönen guten Abend Ich hoffe, dir geht's gut Und? Da, da war etwas Etwas näher und probieren Sie es nochmal Aha Eine Tür Eine Tür So, alles gut Danke, danke, danke Ich schätze, Sie wissen nicht, wie man Ich weiß es, Professor Das Symbol leuchtet genauso wie das auf dem Portschlüsselbehälter Falls ich Ihnen ein Weh aufmacht Wage ich zu behaupten, wir haben das Geheimnis des Verlies entdeckt Gehen Sie vor Ja, alle am streamen, ne? Alle, alle, alle das gleiche Hobby Untersuchen Warte Vielen Dank für den Follower Vielen, vielen Dank Äh Fun Fact Moin Hoppe Fun Fact Wenn man im Wenn man ins iPhone sagt Siri Lumos und so Dann macht das Handy Tatsächlich auch das Licht an Also das Fotolicht Hab ich gelernt So, wo müssen wir denn hier lang, Kollege? Der Hoppel auch am Start Ich weiß gar nicht, ob der Dennis das gerade auch noch am Spielen ist Ob der online ist Was haben wir denn hier? Können wir irgendwas machen? Untersuchen Lumos Und wie im Ja, cool Welche Statue Der ist blind, der Cool Ich sehe eine Art Statue, aber nur als Spiegelbild auf dem Boden Der sieht gar nichts, ne? Der macht so oft mega Zauberer, aber der sieht nichts Ah ja Das stimmt Das Spiegelbild ist noch da Aber die Position der Statue passt nicht Okay Der bewegt sich, ne? Als sie sich bewegt haben, hat das Spiegelbild sich zum Licht gedreht Vielleicht hilft hier ja Lumos Alles gut, mein Bester Hauptsache du schaust zu Dir macht das Spaß Du musst mir nichts geben Ich bin da glücklich Auch, wenn man zuschaut Danke Allein danke, dass ihr hier seid gerade Ist schön So, dann machen wir das jetzt Mal hier So, komm Boah, ich glaube, das wird noch richtig schwer Lumos Haben wir das jetzt gelernt? Du hast den Lichtzauber Lumos erworben Der automatisch dein Zauber-Set hinzugefügt wurde Lumos erzeugt ein Licht an der Spitze deines Zauberstabs Damit du im dunklen Bereich ihn besser sehen kannst Okay Halte RT gedrückt Und tippe auf Y Lumos Lumos Ah ja Das Spiegelbild dreht sich jetzt zu mir um Es folgt wirklich dem Licht Eine Frage Passt der Sound vom Mikrofon und Und Spielen Also Spielsound und Mikrofon Ich hoffe, das passt Ansonsten kann ich das hier noch nachjustieren Also ich habe jetzt bis jetzt zweimal nur gestreamt oder so Mit diesem Equipment Entdecke das Geheimnis der Statue Okay Sehr clean Super, das freut mich Oh Was macht er? Warum ist er so komisch? Entdecke das Geheimnis der Statue Ey, muss der ja synchron hier mit sein? Ja, ne? Ja Hoffentlich rastet der jetzt hier nicht aus Okay Protego Potato Okay, jetzt rasten hier richtig aus, ne? Wäre Angriffe mit Protego aus Protego Okay, machen wir doch Ah Kann ich nicht selber die irgendwie? Okay Noch gar nicht so im Game drin, ne? Erster Kampf einfach Alles noch Tutorial Was mit dir hier? Ja, komm, hau zu Wächter Können wir die nicht bekämpfen, die Wächter? Ich soll nur die, die Dings abwehren Okay Tippe Tippe auf RT Um mich mit dem Basiszauber zu zerstören Okay Wir können hier schießen Wir können gegen die schießen Das haben wir jetzt gelernt So können wir uns hier abrollen Ja, wo soll ich hinkommen? Bleibe Professor Fix Nee, Fix Entschuldigung Professor Professor Fick Professor, wo sind Sie? Das ist nicht gut Und wie gesagt Sehr kreativ Bei der Namensgebung Mit Jay Potter Potter Sehr kreativ Macht wahrscheinlich jeder, ne? Äh Mach mal Lumus Nicht Protego Lumus Mach mal Lumus hier Die Spuren der Magie scheinen nicht irgendwo hinzuführen So Wo sind wir denn hier? Wir haben Lumus aktiviert Ey, mach Lumus Lumus Ja, wunderbar So Jetzt schauen wir mal Wo gehen wir denn hier hin? Ach, hier Die gehen irgendwo hin, ne? Müssen wir da lang gehen? Ja, ne? Ah Interessant Da müssen wir wieder diese Diese Dings machen, ne? Tego Ne, untersuchen Okay Ah, ich muss mich nur reinfinden Da ist wieder diese Statue, ne? Ja, scheinbar Oh Mann, ey Die muss ich jetzt gleich wahrscheinlich alle wieder besiegen, ne? Und das ganz alleine Aktiviere die Statuen Ja, okay Muss ich die wieder so machen? Oder muss ich so machen? Reveo 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 Muss das auch nicht sein, ne? Ich muss die Statuen Vor ihre Spiegelbilder schieben Kann ich die bewegen? Ihr habt's doch bestimmt schon gespielt, oder? Ha Ach so Ich muss Lumos machen Sag das doch Okay Den haben wir Vielleicht Vielleicht muss jede gleichzeitig zum Stehen kommen Gleichzeitig Vielleicht Schauen wir mal Kriegen Wie machen wir das denn? Dass alle gleichzeitig stehen So, der steht jetzt Wenn ich weggehe Fällt der wieder hin Hä? Was muss ich hier machen, hier? Ach so Ach so Ich muss hier eine Position finden Dass die alle hochgehen Ah Ja, man muss es nur verstehen Ja Dann kämpfen wir jetzt hier raus Hoffe ich Warte, wie war das denn? Ach so, okay Jetzt bin ich dran, Kollege So, den haben wir auch Komm So Easy Ganz einfach Halte Y während der Proteo gedrückt Um Gegner mit ein Stuporobo-Konter zum bestäuben Okay Y gedrückt halten Okay Y gedrückt halten Ich mache wahrscheinlich irgendetwas falsch hier, ne? Ah, ne, ich muss Y... Ah, okay. Ich verstehe es, ich verstehe es, ich verstehe es. Hör auf mit deinen Lumos. Ah, na komm. Hör auf mit Lumos. Mann, Lumos. Was für Lumos? Ich bin immer zu früh, ne? Moment. Ich muss mich nur ein bisschen an die Steuerung gewöhnen, dann ist alles gut. Das dauert 10 Minuten, dann bin ich drin. Ah, hör auf, Potato. Haben wir jetzt alle? Haben wir alle oder kommen noch welche? Okay, neuer Weg. Puh, anstrengend. Aber macht Bock. Macht Bock. Können wir Lumos machen? Lumos. Ein cooles Spiel. Ehrlich. Feier ich mega. Hier ist dieses Symbol. Okay, so. So. Okay, wir müssen Professor Feek wiederfinden. Aha. Nicht schlecht. Ich bin... Ich bin ein bisschen überwältigt von der Grafik, wenn ich ehrlich bin. Es sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Ja. Gucken, was jetzt passiert. Eine Christbaumkugel. Na, da sind sie ja. Wie haben sie... Wo sind wir hier? Ich weiß es nicht. Aber ich hab das hier gefunden, schwebend über dem... Becken. Es ist mehr als das. Ein Denkarium, um Erinnerungen zu sehen. Mal sehen. Jetzt ist er auf einmal wieder da, ne? Nachdem die Drecksarbeit gemacht wurde. Professor Feek. Mein Gott. Auf der Xbox Series spiel ich das. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Und wenn wir recht haben, Charles... Dann ist die Hexe oder der Zauberer durch Abschluss der Prüfungen würdig, das wissen und... ...die dazugehörige Verantwortung zu erhalten. Wir haben alles getan. Was macht er jetzt? Okay. Das sehen Sie also. Das Leuchten, das sie umgibt. Ja, Sir. Erstaunlich. Sehe ich etwa... Magie? Sporen alter Magie genau genommen. Die Magie, die Miriam immer für möglich gehalten hat. Aber nee. Miriam und vielleicht George starben auf der Suche nach jahrhundertelang vergessenem Wissen. Und sie, scheint mir, sind der Schlüssel zu all dem wir... Sieht aber ganz anders aus als gerade eben noch. Okay. Da kommt jemand. Wer war das? Ich weiß nicht. Aber Sir, Sie sollten nicht hier sein. Ich glaub, der macht jetzt Probleme. Wusste ich's doch. Renrock. Mein Ruf scheint mir vorauszueilen. Ich dachte schon, niemand schaut je in Rackhams Verlies vorbei. Und warum sind Sie hier? Nicht doch. Gib mir einfach, was Sie gefunden habt. Dann lassen wir die Vergangenheit ruhen. Sir, Sie hatten den Verlies-Schlüssel. Sag jetzt nichts Unüberlegtes. Okay. Das soll nur heißen, dass die Anweisungen für Verlies zwölf deutlich waren. Sir, es tut mir leid. Nur die Person mit dem Schlüssel hat Zutritt. Und Sie hatten keinen... Wer ist Sir? Ich habe keine Geduld für Verräter. Nun, wo waren wir? Ich gebe Ihnen da nichts. Hm, tja. Vielleicht ist ja der junge Mann hier hilfsbereiter. Ich glaube nicht. Oha. Sehr wild. Wer ist er? Das sieht gar nicht gut aus. Ich glaube, der macht Probleme. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Das sieht gar nicht gut aus. Alles in Ordnung? Ja, Sir. So ein mächtiger Kobold. Meine Magie scheint Ihnen gar nichts anzuhaben. Wo, wo sind wir? Ha, unmöglich. Die Leute hinter dem Denkarium, dem Medaillon und dem Zugang dazu, wollten jemanden mit ihren Kräften hierher locken. Das ist, als wäre nie was passiert, ne? Da sind wir. Das war Hogwarts Legacy. Jetzt geht's los. Eine Stunde Intro. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Nicht schlecht.